Ja, ich brauch aber doch... Vorne ist doch eine drin, also... Ja, direkt anfangen, damit zu bauen. Also die ist quasi schon hier. Genau, ja. Schon alles verbautet. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich da zu Hause bin. 1x3. Da ist den 3x3er Bomberz. Ich hasse das, wenn ich das falsch spaziere. Oh, jetzt hört wenigstens gut aus. Ich weiß nicht, dass sich einer gerade fragt, was ich hier gerade mache, für Blödsinn. Ich stelle sozusagen Jurassic Park nach, nur in Minecraft mit Bienen. Oh, in AdWire. Logisch, ja. Ich mache Gen-Manipulation mit Bienen. Du hast die Bienen also... Pimp my Biene. Pimp my Biene. Ich mache eine... E-Rex-Biene. Pimp my Biene. Pimp my Biene. Das neue Format live auf Modding-Card. Dem Server mit dem besten Vertrauen. Will auch, ja. Das Modder kriegt ihr schon, wenn, wie ihr sagt, wir mit dem Ragnar fertig sind und... ...uns Raubprojekte abgeschlossen sind, dann gebe ich es voll. Weil dann ist es wieder uninteressant. Ja, das machen andere auch immer so. Ist ja nur so lange interessant, solange man es... ...spielt. Kein anderer hat. Ist ja immer so, oder? Wenn jemand einen Mod hat, den kein anderer hat, zum Beispiel, ist es ja voll interessant, den Mod zu haben. Wenn man aber hat, dann ist es ja nicht mehr so interessant. Wenn den jeder hat, dann. So interessant, wenn man einen Mod hat, den keiner hat. Ja, wir haben einen Mod, den keiner hat. Äh, ganz stimmt auch nicht. Er hat ja mehrere Tester. Er hat mehrere Tester, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, äh... ...da muss der Mod auch erstmal offiziell rauszahlen, sonst... ...momentan haben wir nicht Probleme, dieses Modpack überhaupt frei zu geben. Ja, wir können den Mod rausnehmen, ne? Wir könnten den Mod rausnehmen, aber... So, jetzt habe ich lieber falsch gebaut, oder? Jetzt habe ich auch immer falsch gebaut, also sind doch immer zwei Ebenen, die sich verbinden, oder? Das... ...ne, oder? Oh. Intervinen-Housing? Na, mal gucken. Ähm... 3-3, ja. Also, wie gesagt, weißer Block hier immer als letztes platzieren. So, das will er erst manchmal nicht. Ja, dann testen wir nochmal. Ja, okay, stimmt. Uuuh, die ist groß. So, wie ne, dann... 3x3 fällt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist viel Arbeit. Wenig Lohn. Viel Arbeit, wenig Lohn, doch. 90 Milliarden, eh. Oder Millionen, keine Ahnung. Auch 3x3, okay. Zack, zack, zack. Keine weißen Block hier mehr. So, wie ne, Blades. Wo? Das prob' ich nun bereits. Sehen doch nämlich auch mit Backup. Was ist? Hm. Kann das sein, dass da jemand zu wenig Blöcke gemacht hat? Du hast vielleicht alles durcheinander gewürfelt? Kann auch sein. Warum soll ich jetzt schuld sein? Ein anderer wär mir lieber. Ein anderer wär dir lieber. Ja. Äh... Warum kannst nicht einfach du schuld sein? Mörder hat's ja gekraftet, also... Mörder geschuld. Das sollte heute auch noch kommen, aber erst um 21 Uhr irgendwas. Dann sei jo irgendwas, wir haben alle... Habt ihr das früher gesagt? Äh... Ich frag grad einer ob... Also... Spaceman fragt, ob es ne Möglichkeit besteht, mitzuspielen. Momentan nicht. Nein. Gibt's momentan keine Möglichkeit. Dann läuft alles nur privat. Private. 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 Private Party. Weil auch das selber irgendwie finanziert werden muss und hin und her und das finanzieren wir grad nun. Dann... Intern. Intern. Und wenn man dann wieder noch mehr Leute rauftut, dann braucht man schon wieder Rootser, aber das wird wieder teuer. Aber ich sag immer, wenn gern einer will, kann er mir 50 Euro geben, dann kann man drüber reden. Dann kann ich dir Rootserber kaufen. Dann können wir drüber reden. Okay. Ja, ist so. Ja. Das war halt auch schon bei uns. Das war halt auch schon bei uns. Wir brauchen noch keinen Rootserber, darum werd ich... Doch. Ja, wir sind schon knapp an der Grenze. Wir sind knapp an der Grenze. Es ist schon kritisch. Ja. Das muss man dazu sagen. Es ist kritisch. Das muss man dazu sagen. Es ist kritisch. Ich freue mich, wenn mir das Käfer drauf ist. Jetzt bin ich wieder schuld. Haha. Du bist doch immer schuld. Ich war echt, ey. Der Schwede ist das große. So, dann der hier. Ja. Achja. Und die ganze Zeit nur Turbinen. Irgendjemand muss ja die Sexarbeit machen und wir hatten heute eher keine Zeit. Ja, ich hab ja angefangen, aber dann ging's erstmal nicht, weil ich die falschen Blöcke genommen hab. Die Würfel ist ja alles durcheinander, oder? Ja. Ja. Ja doch. Die ist ihre Schüfte. Die ist ihre Schüfte. Die ist ihre Schüfte. Na, die ist das Schüfte. So. Fünf kommen wir nach oben. Ach du Gucke. Fünf. So eine Scheiß da. Dafür stimmt er die hintere Reihe wieder. Ja. Äh, was hab ich denn hier falsch gemacht? Irgendwann was ist... Wollte ich den gar nicht abbauen. Ihr kommt doch wirklich so vor, als fehlen da Blöcke. Weiß auch nicht. Das sehen wir eh dann. Ist auch stimmt, dass der Mörder zusammengekraftet hat. So. Tuck. Da, 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 da. Okay. Wollte stimmen. Oh, wenn ich es nicht falsch so aufzieren würde. So, fangen wir mit der letzten Schicht an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gut, die bildet sich nicht. Wie gesagt, weißer Block. Weißen Block. Auch grad getan. Yeah. Das ist meistens immer das weiße Blocker, also das sind platzieren. Genau, jetzt mal kurz gucken. Äh, wie viele sind das? Zwei sind es erstmal. Cool, dann haben wir die mal. So, dann bauen wir die weiter. Wie gesagt, das sind Block übergeblieben. Machen wir immer. Aber das kann man nicht. Dann schmeiß sie in eine andere Kiste. Turbine, Turbine. Ich brauche sie beim nächsten wieder. Lass aber mal die anderen Kisten dann unberührt. Nur dort vorne halt dann mal austauschen. Naja. Hast du fertig? Dann hier los. Drei Stück Feder. Weißt, wir sind jetzt bei welcher? Oh. Ich hab da jetzt hier ne Turbine erfüllt, aber die ganze Schicht. Dann später haben wir nur den Blockbrett. Ähm. Gut. Ähm. 3x3x3 ist auch. So. 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 Das ist ja alles fest. Und die Mod Lina, die tut für uns, ähm, Ölbiene machen, weil wir ja für geleckte, kräfte Bienenbrauen. Genau. Ich versuch's zumindest. Ja. Und dann bin ich gerade mal von so gut wie allen irgendwie was zusammen am Mischen. Okay, den hab ich anscheinend schon mal gemacht. Wir machen ein paar Common, ein paar Cultivated. Alles kreuz und quer durch. Einmal ein bisschen. Äh, ja. Imperal und den Dastrius haben wir ja schon. So, ja. Ja. Da warst du ja schon fleißig. Genau. Damit sie dann Apiary bauen kann. Ja, da bin ich gerade, hab ich gerade geguckt, was ich dafür brauche. Ja, in Dastrius sind Apiary und Binks. Wir brauchen es normal eh nicht. Ja, ich erstelle ja, ich stelle ja gerade die, ähm, hier erstelle ich ja gerade die Scanted Paneling her. Ja. Damit ich hier diesen, ähm, Hatchery bauen kann und eben diese, äh, ja. Elvery-Blöcke. Ja, ich brauch, ich glaub du brauchst 27 Elvery-Blöcke. Hast du noch Turbinhousing? Äh, warten. Ich brauch noch 10 Stück. Ja. 8, 9, 10. Na gut. Doch. Doch weniger. Doch weniger. Habt ihr den Reaktor nach irgendeiner Vorlage gebaut oder habt ihr den so aus dem Kopf? Nein, Vorlage. Ja. Kopf ist das schwierig zu bauen. Aber einer geschrieben hat, also wenn ihr das wirklich alles allein gebaut habt ohne Vorlage, dann habt ihr kein Leben. Nee, nee, schon eine Vorlage. Also unten, wegen noch D4. Okay. Äh, bauen wir erstmal alle Turbinen, oder? Ja, bauen wir mal die ersten vier hier fertig mit Dinger, wie heißt das, mit Generatoren. Generatoren? Ja, genau. Habe ich schon vorbereitet. Ich bin ja schon wieder gestört, achso, achso. Achso. So, warum? Hell, ist der Plasma-Injector. Achso, falsch. Wo ist denn die Dinger Turbine da? Der Generator? Ja, genau. Gut. Was? Ja, meine Frau hat nen Plasma-Injector hier hin. Ist doch egal. Boah, das hat nen Plasma-Injector hier hin. Kannst ja mal machen. Ja. Kann man eigentlich Schilder auf die Bienenhäuser draufpacken? Auf die Bienenhäuser? Ja. Was? Schilder. Ja. Boah, was? Wie? Kein weißer. Ähm, muss testen? Normal müsste es gehen, aber... Weiß nicht. Wenn du mich ein bisschen einfacher... Wie? Ja. Ähm, weißen Block zuletzt platzieren. Mal schauen, ob geht. Nein. Mal irgendwas falsch. Ja, dürfte hinhauen. Das ist jetzt der letzte oder vorletzte? Na, vorletzte. Mal gucken mal. Bla bla bla. Pass, 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 pass. Keine Ahnung. Fällt mir grad nicht auf... Direkt. Ja, auch nicht. Geht doch raus niemand. So. So. Oben sind... So, hier passiert irgendwas nicht. Ah, nee. Das ist ja schon der nächste dann. Der letzte oder? Nee. Kann nicht sein. Soll ich mal einen abwarten? So, drei oben. Drei oben ist der. Das müsste der vorvorletzte sein. Ed, wenn du schaust. Ja. Warte mal. Drei, das ist dann... Ist hier eins zu groß gebaut? Kannst ja ruhig. Das müsste der vorvorletzte sein. Genau. Das heißt, der ist eins zu groß gebaut schon. Ähm. Ich schalt mein Magnet an, dreiß ihn einfach ab und wo er äußerst. Und mich durcheinander. Sonst kommst du durcheinander. Ausbessern da. Ist auch grad relativ komisch. Das ist, weil ich sehe es vorher schon angefangen hat zu bauen. Und dann kommst du raus, so aus welcher Dings du warst. Genau, das ist jetzt der. Jetzt kommt der. Gut. Jetzt kommt die hier wieder gut. Ganz dasselbe. Lebe. Dreimal drei, dreimal drei. Ne, ja doch. Lebe in den Leben. Bauen das alles aus dem Kopf, Leute. Alles aus dem Kopf, ja. Ganz einfach. Ganz easy. Ja, hat er ja wirklich nur so wenig Platz gelassen. Drei, eins, zwei, drei. Drei. Das ist falsch. Oder sowas. Ist aber jetzt zwei Blöcke Platz. Wart mal da ist irgendwas falsch. Äh. Hat er falsche Anlagen an Generator-Core? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ah, die Turbine haben alles weiter hinten. Passt schon. Wieso? Unsere Turbine sind alles weiter hinten hier. Alles am Alts nach vorne. Ne, lass mal so mit dem, Karl. Muss mal die erste noch umsetzen. Ja. Weiß nicht, warum man das gemacht hat. Hat das sich vermessen. Verdammt. Ne, du hast dich wahrscheinlich verstanden. Die erste habe ja nicht ich aufgebaut. Die zweite und da habe ich einfach ein Steam-Lammer runter umgebaut, so wie er mir gesagt hat. Ich habe da nichts gedinkst. Ja. Er hat einfach gesagt, einfach die erste Steam-Lammer nehmen und darum bauen. Oh, und Tana. Hast du Generator-Housing? Oder habe ich noch, weil ich jetzt war? Muss ich schon wieder verschuldigen. Ja, ich habe alles mit verschuldigen. Ich muss in die anderen Kisten schauen. Ja, in die anderen Kisten schauen. Ne, ich habe mich vermerkt. Passt schon, passt schon. Oben. Sie ist ja... Passt schon. Und zack. Weitere einen Block ab. Jetzt ist die Multistruktur weg. Upsch. 3x3 und die Ecke. Oh, komisch. Ja, weil dann auch die vorderen weg sind, das ergibt für mich keinen Sinn unbedingt. Ja, aber das... Er will sich ja darauf vorbereiten, die nächste Struktur zu... Ja, aber nicht, wenn ich den Block abbau. Ja, die noch nicht aktiv ist. Alter, das ist wohl auch eine Arbeit für weiß ich wen, gell? Also. Ähm. Vorne runter noch. So, den Block als letztes.